Ich bin weiter vor mir, okay. Komm, komm, komm aus dem Quark! Ja, komm schon! Na gut, wie ist das echt? So ein Terrorhaller läuft hier nicht so gerne. Bin ich hier irgendwo versteckt in den Weinreben, ne? Voll Assi! Oder? Bin ich in den Weinreben versteckt? Das ist die Frage. Komm, komm!